Ein Kampfkistchen, das können wir ja mal eben machen. Koppa ist fertig, glaube ich. Jawohl. Ähm... Das passt hier leider nicht hin. Hier auf dem Weg wird es passen tatsächlich, aber ich find's da so ein bisschen, weiß ich nicht. Vielleicht lieber hier hin. Hier, oder? So, dann haben wir nämlich, wenn wir da nach oben rausgehen, haben wir dann immer, äh, was wir brauchen zum Kämpfen, sozusagen. Oder auch Rüstung oder lalala. Hier ist noch ein bisschen ungünstig mit der Truhe, das weiß ich selber. Können wir vielleicht noch mal irgendwann ändern oder ausbessern, weiß ich noch nicht genau. So. Dann hol ich mal ganz kurz alle Sachen. Das Schwert, äh, den Ring, die Schuhe, die Schuhe, die Angeln nicht, die Zwille aber dafür. Alles, was mit Kampf zu tun hat, das kommt dann in unsere Kiste da oben dran. Ob wir das jetzt wirklich mitnehmen oder nicht, das spielt ja erstmal keine Rolle. Hauptsache wir haben es erstmal da oben in der Truhe. Und haben es erstmal aus unserer komischen, unsortierten Truhe raus. Später kann man hier vielleicht noch was ändern, dass man Waffen und Rüstung macht oder sowas. Äh, so. So, Steel Smallsword, das kann raus, das kann raus, dann das kann raus, das kann raus, die Schuhe können raus, zack, hier. Dann massotieren wir einmal rum. So. Und die Zwille kann auch noch raus. So, dann haben wir hier oben, ne, alles was wir brauchen, wenn wir unterwegs sind, wenn wir hier, ne, in Richtung Mine gehen, dann haben wir alles, was wir da brauchen. Warum brauchen das hier so länger? So. Okay. So, Copperbar 13. Weiß nicht, ob wir noch welche brauchen. Ähm, vielleicht kann ich ja nochmal, hier, vielleicht mach ich ja nochmal. So, eventuell würde ich halt noch ne Kiste machen gerade, wenn wir schon mal dabei sind. Ich muss mal ganz kurz gucken, die drei hier sind, nennen wir mal, einfach erstmal unsortiert. Ähm, ne Angelkiste, weiß nicht, ob das jetzt schon Sinn macht, da würde ich auch Backmeat reinpacken, weil daraus können wir ja schön Angelkrams machen. Das hier wäre ja eigentlich ne Nahrungskiste, hm, ja. Ne Angelkiste kann man auch Fisch mit rein tun. Aber wo tu ich ne Angelkiste hin? Wo geh ich angeln? Vielleicht hier so? Mach ich mal eben. Wir können die vielleicht ja wieder umstellen, ich weiß gar nicht. Ich glaub wir werden Holz brauchen, ne? So, angeln und Backmeat. Und ehrlich gesagt hier hinten noch Fisch, 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 Fisch. Pack ich in die Angelkiste. Irgendwie passt der da besser rein. Und dann können wir noch ne Forstkiste machen, ne. Also ne Forst, also im Sinne von da wo Försterkram reinkommt. So, Angelkiste, da oben die Kampfkiste. Silber braucht noch ein bisschen, es ist 23 Uhr, Energie haben wir noch ein bisschen. Ja, weiß ich gar nicht. Noch ne Kiste will ich gar nicht machen, weil ich hab das Gefühl, das wird sonst eventuell too much. Später werden wir wahrscheinlich noch ein paar andere haben. Hier, Holz wieder da rein. Das könnte theoretisch, oder das hier könnte theoretisch alles in die, weißt du was, ich pack das mal in die Angelkiste. Dann haben wir es hier weg. Das hier eventuell pack ich auch in die Angelkiste. Da haben wir noch zwei Trash. Ach, das wollte ich ja recyceln, stimmt ja. Pack ich auch mal in die Angelkiste. Einmal nur, weil wir es natürlich auch geangelt haben. So, dat hier, dat hier, dat hier, dat hier und dann so. Dann stürzt da hinten in der Hauptkiste nicht mehr so. Dann haben wir die wieder ein bisschen leerer, ein bisschen übersichtlicher. Hier haben wir noch Fertilizer. Ich würd am Feld gerne noch ne Kiste haben, wo wir Samen reinpacken oder sowas wie Dünger, halt sowas, was man da so braucht. So, was man aus Schleim macht, ich weiß es gar nicht. Was kann man denn aus Schleim eigentlich machen? So, Wild Seeds, Wild Seeds. Acorn, Maple Seed, Pinecone, die kann man aber auch nochmal machen irgendwie. Äh, Gravel Path, Cobblestone Path, Bait aus Buckmeat. Was machen wir denn aus dem Schleim eigentlich? Lebenselixier, Sturdy Ring, Campfire, ist auch schön. Kann man auch so ein Feuerchen hier machen, ist auch angenehm. Staircase fürs Dungeon, aber kostet 99 Steine leider. Transmute, wahrscheinlich können wir uns da noch Gold draus machen. Copper Ore und Coal, oh ok, aber Kohle ist leider zu teuer. Kohle ist mir persönlich momentan noch zu teuer. Äh, Bee House wäre auch schön, aber Kohle, wie gesagt. Hier Wood und Sap, ok, Furnace, la la la, brauchen wir momentan auch nicht. Mh, Stone, Earth Crystal, eine Mayonnaise-Maschine. Eier in Mayonnaise, ah, Moment. Musste gerade husten. Ein Erdkristall, haben wir zum Glück auch noch. Copper, Stone, Wood, Earth Crystal. Earth Crystal, Copper, Stone und Wood. Also, Stein, äh, Stein und Holz. So, und ein Erdkristall. Dann machen wir uns mal eben eine Mayonnaise-Maschine, mal so testweise. Achso, die Erdkristalle waren glaube ich, ich hoffe die haben wir jetzt nicht verkauft. Die waren glaube ich bei unserer Geologen-Box. Ich weiß gar nicht was so ein Erdkristall macht, da haben wir noch einen ganz normalen. Und dann können wir uns eine Mayonnaise-Maschine ba- Copper Bar, achso, habe ich Copper Bar noch gar nicht mit rausgenommen, ok. So, gleich ist 0 Uhr. Müssen wir uns mal ein bisschen sputen. Copper Bar, so, Copper Bar und dann hier eine Mayonnaise-Maschine. Na gut, dann bin ich mal gespannt, wie sieht die aus? Ok, das ist easy, die können wir wahrscheinlich, die können wir wahrscheinlich einfach gleich hier machen, oder? Ja, warum nicht? So, da können wir ein Eier reinhauen. So, it's getting late, ich weiß. Zack, 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 dann haben wir das auch nochmal gemacht. Dann hauen wir das da rein, die Copper Bar ist wieder, das hier hauen wir auch noch rein, die Kohle kommt wieder rein, das kommt wieder rein. Einmal durchsortieren, Stein und Holz kommt drüben wieder rein, dann gehen wir schlafen. Dann haben wir den Tag wirklich gut hinter uns gebracht. So, Steinholz. So, und dann würde ich sagen, Gute Nacht, John Boy. So. Eine Blaubeere. Müssten wir uns eigentlich auch nochmal, Blaubeere, warte mal. Blaubeere mal 15. Blueberry mal 15. Kann ich, kann denn sowas lesen? Mal 15. Äh, 1023. Dann können wir mal gucken, wie viel die kostet, einzeln. Grape Jelly kostet 210, 420, ergo zwei Stück. Super. So, was haben wir noch? Äh, Fishing, der Trash wird einfach abgeholt. Das haben wir glaube ich schon, ne? Das haben wir glaube ich schon aufgeschrieben. Pintar, oder? Ne hab ich noch nicht aufgeschrieben. Pintar 100 Gold. Einfach mal so nebenbei, warum nicht? Wenn wir, hallo Stift geben wir wieder auf. Pintar. 100. 100. Okay, das wächst ja, also das wächst ja im wahrsten Sinne an Bäumen. So. Und dann nehmen wir wieder ein bisschen Geld mit. Nehmen wir mal ein bisschen. Guten Morgen am 22. des Sommers. 4200 haben wir auf Tasche. Immerhin. Und die nächsten Beeren sind reif. Oh, ein Traum. Und Marmelade. Juhu. Grape Jelly und Melon Jelly. Ja, Melon können wir dann auch mal gucken, wie viel das bringt. Also Blaubeeren würde ich nicht zur Marmelade machen, weil ganz ehrlich, das wird mir ehrlich gesagt viel zu lange dauern. Auch wenn wir den ganzen Winter haben, aber ich will nicht jede einzelne Beere Ich glaube, das wäre auch zu krass. Wir könnten natürlich unseren Gewinn dadurch sehr, 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 sehr steigern. Aber wir bräuchten Unmengen von den Dingern. Vorher mache ich die noch nicht zu Jelly. So, da verkaufe ich die lieber 76. Zack, zack. Und die eine, die eine Special-Biere. Zack, die sammle ich natürlich wieder. So, 84 Hot Pepper. Ehrlich gesagt, die kann ich, die kann ich auch ruhigen Gewissens verkaufen. Zack, dann kriegen wir echt mal wieder einen Schwung Kohle rein. So. Kurz mal gucken, wie sieht es denn aus bei unseren Hühnchen. Die schlafen alle noch. Ich glaube, das dauert noch, die müssen noch erwachsen werden. Das sind ja ganz kleine hier. Ich kann mir vorstellen, das dauert noch, bis die Eier liegen. Haben wir überhaupt einen Hahn? Kommen die raus? Juhu. Ah, erstmal die Flügelstrecken. Alle aufhalten, wie es aussieht. Ist ein bisschen wie Lemmings. Gehen die gleich wieder nach oben zum Fressen? Nee. Ah, die haben irgendwie so einen Hungerbalken, glaube ich. Den die so nach und nach wieder auffüllen. Das finde ich irgendwie cool. So. Äh, den Schläger. Pack ich mal auf die Eins. Die Spitzhacke pack ich dann auf die Zwei. So. Und dann noch eine Gießkanne gleich. Die haben wir noch temporär dabei. Und dann erstmal wieder Gregor Gysi. Also Gysi. Hahaha. Toller Witz. Dann machen wir erstmal wieder hier. Wie jeden einzelnen verdammten Tag. So. Schön abgießen hier. Früher mal, ne. Als ich in der, hab ich in der Weststadt noch gewohnt. In Braunschweig. Äh, in so einem, in einem von diesem. Naja, kann man sagen, in einem von diesen Plattenhäusern. Und, ähm. Da haben wir Erdgeschoss gewohnt. Damals. Und da hatten wir so einen Balkon. Auch, ne. So zur Straße hin natürlich. Direkt zur Straße. Ähm. Aber unter dem Balkon war da immer so ein kleiner Streifen mit Blümchen. Und diese, ne. Diese da, ne. Da war immer so ein, ich weiß gar nicht. Kann man das Garten? Nein, das ist kein Garten. Es war auf jeden Fall kein Garten. Und meine Mutti hat da immer so, die wollte auch mal Sachen anpflanzen. Lalala. Und Rhododendron. Und Osterglöckchen. Und vergiss mein nicht. Und la. War natürlich sehr schön. Aber rate mal, wer es immer pflegen musste. Wer musste da immer Unkraut diäten. Wer musste die Pflanzen hochbinden. So ein Rhododendron zum Beispiel. Wer musste da ran, wenn wieder, wenn wieder Ameisenbefall war. Und so weiter und so fort. Ja. Die Mutti hatte einen Garten. Verstehste? Die Mutti, ja. So, das war Muttis Garten. So. Hat aber, ich muss aber zugeben, es hat auch Spaß gemacht. Manchmal hat es genervt, aber es hat eigentlich meistens Spaß gemacht. Oh, guck mal, die sind noch nicht fertig hier. So. Und. Da hat man dann oft auch mal im Sommer rum gesessen. Und das war immer noch besser als für Papa, ne. Als für den Vater den Wagen waschen. Oh, ein Zug. Ich muss mal ganz kurz, da muss ich mal ganz kurz hin. Da muss ich mal hin. Ich hoffe, wir verpassen den nicht. Ich geh oben, ich geh oben lang. Hund, warte. Zug. Ich wünschte, man würde die Ankündigung vorher kriegen. Oder man könnte so, man hätte so einen Plan, wo man sieht, aha, wann kommt denn der Zug. Ich möchte nämlich wissen, ob der vielleicht irgendwie, ne, mit steigenden Leveln oder sonst irgendwas, ob der vielleicht interessantere Dinge fallen lässt, als irgendwie ein Stein. Oder ne stinkende Geode. So, kommen wir noch pünktlich. Jo. Ah, Kohle. Da ist Kohle. Kohle, ganze Waggon. Gib mir diese Kohle. Hilfe, gib mir die Kohle. Jo, ja, sacks. Schön. Oder hier, guck mal. Oh, Entschuldigung. Ich wollte einsteigen gerade. Hilfe, warte auf mich. Zwei Kohle. Ehrlich gesagt, das lohnt den Zeitaufwand nicht. Da geh ich lieber in die Mine. Schön, dass da was fallen lässt. Find ich süß. Aber da geh ich ehrlich gesagt lieber in die Mine. Und gucke, was die uns beschert. So. Außen, äh, ich wollte eigentlich gleich eine Aufnahmepause machen. Aber ich muss ja, ach, jetzt muss ich ja noch den Tag rumkriegen. Stimmt ja. Geht nicht so einfach. So. Dann geh ich nochmal platschen. Ups. Und jetzt erstmal. Oh. Boah. Da tut das gut. Die Knochen. Und leider wieder raus. Es hilft ja nichts. Ist immer so entspannt gerade für den Moment. So. Und dann gehen wir wieder raus. Dummdi 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 dumm. Ich will das Chicken Coop upgraden. Graden. Ich will das Chicken Coop upgraden. Graden. Ja, 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 ja. Auf jeden. Jaden. Lalalalalala. Hallo schöne Frau. Hallo schöne Frau. Ich quatsch die einfach mal an. Oh. Entschuldigung. So, ja, ja. Ist spannend. Tschüss. Die kommt jetzt hier an, wo der Zug schon lange weg ist. Oh, warte. So. Das Buch nehme ich natürlich wieder mit. So. Und schon wieder ein verlorenes Buch gefunden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum da Würmer aus der Erde gucken, wenn da ein Buch ist. Vielleicht lesen die Würmer gerne. Ich weiß es doch selber nicht. Gut. Das nehmen wir mit. Ob irgendwann eine Zeit kommt, wenn wir das nicht mehr mitnehmen. Ob es jetzt irgendwann nicht mehr lohnt, weil wir diesen eigenen Schritt noch mehr machen wollen am Tag. Ja gut, nachts vielleicht. So. Da oben ist immer noch Gras. So. Dann wollen wir mal. Ding-di-ding-di-ding-di-ding-di-ding-di-ding-di-ding. Ich frage mich, ob die Hühn... Guck mal da unten links. Da ist grad eins. Ich frage mich, ob diese Hühnchenhähnchen, ob die vielleicht auch unsere Saat fressen würden, wenn wir keine Vogelscheuche aufstellen. Im Grunde genommen wär's gar nicht mal so unrealistisch. Ach so süß, dass die auf dem Bauernhof rumlaufen. Ich hoffe, die verlaufen sich nicht und finden auch immer wieder zurück. So. Das Näpfchen wieder vollgemacht. Muss ich eigentlich hier auch Wasser nachfüllen bei denen? Ich glaube nicht, ne? Nur mal testweise gucken. Ne. Da kann man was nachfüllen. Aber ich glaube, solange die draußen rumtollen, fressen die hoffentlich drin nichts. Nicht, dass sie irgendwie doppelte Befressungen machen. Das wär natürlich schade. Aber ich glaube nicht. So. Gießkannerin. Würde ich sagen, das Ding pack ich mal hier rein so lange. War sogar mit Sternchen. Zwei Kohle. Zu Decay können wir heute noch nicht. Ohne Spitzhacker können wir auch nicht in die Mine. Das heißt, heute müssen wir irgendwas Sinnvolles machen. Zum Beispiel Holz. Wir können heute Holz farmen. Denn wir haben die neue, äh, die neue Copper-X. Vielleicht lohnt sich's damit ja mehr. Ähm, was wollte ich gerade machen? Ach ja. Melonen. So. Copper-X. Bin jetzt ab. In den Wald. Wirkt mir nicht so sehr viel effizienter, wenn ich ehrlich bin. So, äh, hier mit der Sense. So. Ich seh grad gar nichts hier unten. Äh, hier hau ich mal mit der Sense wieder durch. Oder soll ich lieber mit dem Knüppel? Ich glaub mit dem Knüppel ist effizienter, oder? Oh, Moment. Und? So, Entschuldigung. Ich muss ja immer husten. Ich glaub ich hab die letzten Tage zu viel aufgenommen. Ich bin ein bisschen heiser. Hallo Herr Kaiser. Ich bin ein bisschen heiser. So, äh, die Bäume nehmen wir einfach mal alle mit. Bis zum Abend haben wir ja hoffentlich ein bisschen was gewuppt. Wachsen die Bäume einfach eigentlich nach, wenn wir den Stumpen stehen lassen? Das würd mich mal interessieren. Aber ehrlich gesagt, ich will die so gar nicht nachwachsen lassen. So. Das geht natürlich nicht. So. Und noch ein Baum. Einfach ein bisschen Holz sammeln, ne? Ach guck mal da unten kriecht wieder irgendwas durchs Gebüsch. Ich glaube da ist ein... Ein kleines Hühnchen kriecht da unten rum. So und theoretisch können wir auch Stein farmen hier. Davon haben wir noch genug. Wie süß, dass die Tiere hier einfach auf der Farm rumlaufen. Und dann abends wieder reingehen. Das finde ich echt... Oh Mann wir können die Steine ja... Ah stimmt ja. Doof. So. Okay. Theoretisch kann ich gleich nochmal baden gehen. Und die Nacht durcharbeiten. So. Hier hinten sehe ich kaum was. Da so. Da ist doch noch... Achso das sind kleine Bäume. Okay. Dann klopp ich die mal so weg. Bevor die hier noch ausarten. So. Ah. Ah ok. Das Ding können wir immer noch nicht. Denn so ein Ding haben wir noch gesehen von diesem einen Wald. Ne. Da müssen wir vielleicht auch nochmal hin. Das könnte noch spannend werden. Freue ich mich auch sehr drauf ehrlich gesagt. Hallo. Das kriegen wir nicht weg. Ja so jetzt. Da bin ich ja auch mega gespannt. Diesen einen Wald wollen wir noch nicht reinkamen. Den möchte ich auch unbedingt noch sehen. Den möchte ich auch unbedingt noch sehen. So nehme ich mit. Dann kann nämlich hier unten. Guck mal. Da haben wir so viel Gras. Das kann sich erstmal ein bisschen nach oben ausbreiten. Wir müssen hier vielleicht noch einen Zaun ziehen. Aber hier so in Richtung des Hühnerstalls kann es sich ja ausbreiten. Und die Hühnchen können sich ja daran fröhlich fressen. Wieso. Ne. Wie so lustig sind. Bis wir richtig dicke, fette, pumsige, gelbe Küken haben. So stelle ich mir das in etwa vor. So. Haben wir ein bisschen Holz gesammelt. Wie viel? 179. Das ist doch gut. Das ist doch sehr, sehr gut eigentlich. Ich frag mich wie lange es dauert bis die Hühnchen... Wir haben bis zum Winter noch ein bisschen Zeit. Beziehungsweise die Hühnchen haben Zeit. Danach ziehen wir denen die Eier direkt aus dem Würzel raus. So. Geh mal noch ein bisschen. Das kommt in unsere Nature. In unseren Nature Wildlife Fond hier. Die Samen lasse ich jetzt auch mal so. Die pflanze ich jetzt mal nicht ein. Weil... Das läppert sich hier langsam. Gut, dass man das so schön groß decken kann. Da bin ich relativ froh drum. So. SEP 200. Ich frage mich... Wie groß diese Stacks werden können. 264 oder... Oder... Oder vielleicht noch mehr? So. Kohle. Pack ich mal hier rein. Energie haben wir eh keine mehr. Hund schläft draußen. Ist auch okay. Wir gehen mal eben... Pennen. Und danach mach ich ne kleine Aufnahmepause. Gute Nacht. Juhu. Level 7 Farming. Ein Watering Can Proficiency. Geil. Hope Proficiency. Und Loom. Ah. Dazu brauchen wir wahrscheinlich Baumwolle. Dann können wir Fäden spinnen. Und dann vielleicht noch Klamotten herstellen. Und Quality Retaining Soil. Ähm. Ähm. Das sollten wir eigentlich mal herstellen. Solange wir noch keine Bewässerungsanlagen haben. Eigentlich sollte man das nutzen. Dass ich es nicht nutze. Ist eigentlich doof. Weil ich doof bin. Ja. So sieht es einfach aus. Weil ich doof bin. Es tut mir leid. Aber ich hätte auch furchtbar gern. Bewässerungsanlagen. Kriegen wir alles noch. Wird alles ja langsam. Wie man sieht. Und wir sind immer noch im ersten Jahr. Mal gucken wie es im zweiten so aussieht. Wenn wir die Mine erforscht haben. Wenn wir Gold gefarmt haben. Und so weiter. Im zweiten Jahr. Können wir glaube ich richtig krass anbauen. Und bis dahin. Versuche ich vielleicht mal privat. Gucke ich mal privat. Ähm. Dass ich mir einen Spielstand mache. Wo ich alles mögliche anbaue. Und mal verkaufe. Damit ich einen Einzelpreis sehe. Und vielleicht auch was es bringt. Mit Sternchen und so. Wie gesagt. Eine kleine Excel Tabelle. Damit ich genau weiß. Wie wir hier alles mega optimieren können. Äh. Freue ich mich drauf. So. Jetzt aber erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Aufnahme. Grüß mit Zukunfts Gronkh. Bis dahin. Ciao. Mit V. Euer Krönkel. Tschüss. Ok. Das musste ich grad nochmal mit in die Aufnahme nehmen. Läuft bei uns. 6.688. 3.696. Hot Pepper hab ich mir schon. Anja. Hot Pepper hab ich mir noch. Äh. No Jelly aufgeschrieben. Ich schreib mir grad nochmal die Preise auf. Ne. Und dann äh. Seh uns in der nächsten Aufnahme wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss. Chao.